14.09.2014 Familien auf der Suche nach dem Eigenheim ZDF Magazin Hallo Deutschland über den Traum von bezahlbarem Wohnraum Mainz Der Deutsche Mieterbund hat angesichts boomender Immobilienpreise erneut Alarm geschlagen. Bezahlbarer Wohnraum und bessere Häuser für kleines Geld seien notwendig. Wie es in einer Familie mit Kindern auf ihre Eigenheimsuche geht, zeigt das ZDF-Vorabendmagazin Hallo Deutschland von Montag, 15.12.2014, 17.10 Uhr an in seiner Wochenserie. Am Samstag, 20. September, ist ab 18.35 Uhr in Hallo Deutschland hautnah der vollständige Film von Cornelia Landgraf zu sehen. Suchen, Kaufen, Wohnen – Der Traum vom Eigenheim Zusammen mit den Bauexperten Günal Günsaf begleitet Hallo Deutschland eine fünfköpfige Familie auf deren Suche nach einem Eigenheim im Raum Köln-Düsseldorf. Für Bianca Zetzmann, 35 und Sebastian Kropp, 36 ist ihre bisherige Wohnung mit den drei Kindern Maximilian und dann auch mit 18.12.2011 Köln-DFreeleuws